Wir begrüßen Sie recht herzlich im Saxonia-Express zur Fahrt nach Leipzig Hauptbahnhof über Dresden-Neustadt, Kosswig, Riesa, Uschatz, Wurzen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Nächster Halt. Dresden, Mitte. Zugang zum Kongresscenter Dresden und zur Messe Dresden. Damen und Herren, wir erreichen in wenigen Minuten Dresden-Neustadt. Sie haben folgende Anschlüsse. RB 33 nach Königsbrück über Dresden-Klotsche um 15.33 Uhr von Gleis 4. S1 nach Meißentriebestal über Kosswig. Planmäßige Abfahrt 15.37 Uhr, heute voraussichtlich um 15.42 Uhr von Gleis 1. RB 61 nach Zittau über Dresden-Klotsche um 15.42 Uhr von Gleis 3. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Nächster Halt. Dresden-Neustadt. Nächster Halt. Radebeul-Ost Karl-May-Museum. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Übergangsmöglichkeit zur Schmalspurbahn in Richtung Moritzburg und Radeburg. Nächster Halt. Weinböhler. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Meine Damen und Herren, wir erreichen in wenigen Minuten Kosswig. Sie haben folgende Anschlüsse. S1 nach Meißentriebestal über Neusörnewitz. Planmäßige Abfahrt 15.56 Uhr, heute voraussichtlich um 16.00 Uhr von Gleis 1. S1 nach Schöna über Dresden-Neustadt um 16.00 Uhr von Gleis 3. Re 15 nach Hoyerswerda über Roland um 16.00 Uhr von Gleis 2 am selben Bahnsteig. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Nächster Halt. Kosswig. Nächster Halt. Niederau. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Meine Damen und Herren, wir erreichen in wenigen Minuten Priestewitz. Sie haben folgenden Anschluss. RE 15 nach Hoyerswerda über Roland um 16.00 Uhr von Gleis 2 am selben Bahnsteig. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Nächster Halt. Priestewitz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt. Nünchritz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt. Glaubitz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Meine Damen und Herren, wir erreichen in wenigen Minuten Riesa. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Nächster Halt. Riesa. Letzter Halt im Verkehrsverbund Oberelbe. Bitte achten Sie beim Verlassen des Zuges darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste, auszusteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ausstieg in Fahrtrichtung links.